Yo, wassup und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. So, Freunde der Nacht, also, wie ihr bereits wisst, bin ich ein tierisches Arschloch, so Arschloch-like-mäßig. Ich bin jetzt bei der spannenden Stelle, die letzte Folge war ja größtenteils nur Laufen, 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 Laufen. So, und jetzt müssen wir hier zu der Pocahontas. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie sie heißt. So, Pocahontas sage ich jetzt einfach mal. Und müssen mit ihr reden. Und, wie ich auch schon bei der letzten Folge gesagt habe, schreibt es in die Kommentare und schreibt mir, wie ihr das findet. Ich produziere halt eben ein paar Folgen immer vor. Deswegen wird es wahrscheinlich dann erst demnächst irgendwann geändert, sage ich mal. Und ja, also gehen wir jetzt mal zu Pocahontas. Und jetzt kommt mal wieder in eine schöne Sequenz, weil die Sequenzen in dem Spiel finde ich echt klasse, richtig gut gemacht. Ist super. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihn. Dann schlage ich vor, das zu behenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. So, okay, dann rennen wir hier mal hinterher und machen hier schön einen Todessprung und folgen Pocahontas. Okay, den Hund kann man nicht erstechen. Okay, das sind keine Bösen, die da stehen. Können bestimmt einfach so langlaufen. Dann in dieses Haus da hineingehen. Sind das Böse eigentlich? Ne, okay, das sind keine Bösen. Nehm ich lieber die versteckte Klinge. Die versteckte Klinge ist cooler. Und ab in das Haus hinein. The White. Thayvon. Wie auch immer. Oh, ist ein ganz großes Mädchen. Ein ganz großes Mädchen. Braucht keinen Beschützer. So, okay. Die im Rot sind böse. Okay, da hinten müssen wir hin. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da... ...reingehe? Ich will damit stationiert sein. Das ständige Tozen der Branden. Das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen? Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles verzichten. Okay, gut. Also wir müssen jetzt hier erstmal die ganzen Leute hier belauschen. Ach ja. Schön am Fenster stehen. Die Franzosen wollten bis hier hervorrücken. Was Bredov wohl dagegen unternehmen will. Hier ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Südl. Gut, jetzt ist das was jetzt, was ich alles wissen wollte. So, jetzt müssen wir wieder aus der Tür hinaus gehen, weil ich weiß ja jetzt alles, was ich wissen wollte. Oh, was ein Witz, Bolt. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zellen ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein. So, dann werden wir hier ein bisschen feiten. Okay, den Ersten eliminiert. Wir müssen natürlich das alles ohne Waffe machen, weil wir richtige Gentleman sind. Hallo in die Tür will ich noch später raus. Und Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das Messer ziehe? Ah, das kann ich gar nicht sehen. Ah, wir haben schon richtig drauf eigentlich. Mit dem Feiten hier. Und hier ist schön eiskalt. Alle drehen voll am Rad, alle sind voll aggro jetzt, ne? Wollen voll den Feiten hier sehen. Wo ist da eine Wunde, bitteschön? Also ich hab da nichts gesehen. Oh, ich hab schon gedacht, jetzt trink mal hier mal einen leckeren Schnaps. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Bradox Camp. Okay. Nicht überzeugt. Okay, gut. Freunde der Nacht. Was ist jetzt? Wo müssen wir jetzt lang? Fortschritte wollen wir uns nicht ansehen. Ist nicht so spannend. Und mal auf die Karte gucken. Och ne, echt? Och man, warum kann das nicht mal ein bisschen näher sein? Ja, okay, gut, also. Äh, guckt mal. Der schnuppert an dem seinen Hintern. Habt ihr das gesehen? Der schnuppert an dem seinen Hintern. So, jetzt nehme ich dich gerade mit, ne? Du kleiner Perverser. Gibt's ja gar nicht. Hier schauen auch Minderjährige zu. Das gibt's doch nicht, ey. Kannst du nicht hier einfach in irgendeinem wildfremden Hintern schnuppern? Okay, da kommen wir nicht lang. Jetzt müssen wir uns einen Weg suchen. Ah, da hinten ist ne, ne. Pferd legt sich mit dem Huhn an. Sehr toll. So, jetzt sind wir hier richtig. Genau. Schön hier über den Zaun gejumpt. Und jetzt in Richtung Ausrufezeichen, um die Missionen uns zu holen. Also, ja, spannend wird das jetzt wahrscheinlich nicht. Och. Nice. Ich frag mich, ob man eigentlich die Tiere da töten kann. Aber, ja. Ich bin ja hier nicht so ein Tiertöter, ne? Am Ende schreiben mir noch die Peter-Leute da. Oder wie auch immer die heißen. Schreiben, äh. Nieder mit nix. Er töte Tiere in Spielen. Die sind ja auch so real. Aber egal. So. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Da hinten sind... Was zum Teufel machen die denn da? Ah, komm. Genau. Macht mal schön Platz hier. Ah, da hinten muss ich wahrscheinlich hin. Gehe ich mal ein bisschen so schräg. Gehe ich schön durch den Schnee. Weil wenn ich durch den Schnee laufe, dann ist das nicht so toll. Weil dann brauche ich halben Tag, bis ich mal da bin, wo ich hin wollte. Und mit dem Pferd, der kann einfach so eiskalb im Schnee laufen. Da sind wieder welche. Die werde ich jetzt auch mal schön... Ja, ja. Umgetacklet hier, ne? Also, das macht ja richtig Spaß, die ganzen... Ja, die ganzen Leute da umzutacklen. Und jetzt bin ich zu weit gelaufen. Okay. Das war jetzt nicht so schlau. Aber wir sind ja hier ganz in der Nähe. Ah, da ist sie ja schon. Schön abspringen. Und der Teufel steckt im Detail. Und die Mission wollen wir jetzt starten. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Sehr schön. So, jetzt darf ich... ...im Schneesturm... Ich verstecke mich in dem Karren. In welchem Karren? Ah, ja, ja, da. Dem Karren. So, da. Wie schön in der dreckigen Wäsche da... ...von... ...irnch jemanden... ...reingesprungen, ne? Da gucken sie natürlich nicht rein, ne? Außer, das sind so perverse und finden so Oma-Schlüppis, ne? Roter Bereich in der Minikarte sind militärische Sperrgebiete. Die Wachen werden sie angreifen, sobald... ...sie sie erkennen. Ja, irgendwie so. Was ist denn jetzt da vorne los? Ich schlieg hier in der dreckigen Wäsche. Geh mo' weiter. Und ein Assassin hast du hinten drin, aber... ...das sollte man vielleicht nicht... ...hier so erzählen. Das ist wie der Zoll. Ne? Was ihn nicht weiß... ...was ihn nicht weiß... ...was ihn nicht weiß... ...was er nicht weiß, macht ihn nicht heisch. Diese Kanonen sehen dann einfach aus. Vielleicht sollte es so sein. Die Kanonen sabotieren. Hm. Okay. Ich warte erst einmal ab, bis er stehen bleibt. Und das ist wohl der Fall. Er bleibt jetzt stehen, dann kann ich ja jetzt mal hier... ...schön raus. Hier kann man sich natürlich wieder richtig gut verstecken. Ach, Mist. Ich musste die belauschen, oder wie? Okay, Freunde der Nacht, das war jetzt mein Fehler. Ein richtig dummer Fehler sogar. Was zum Teufel ist da los? Ah, nicht genug von dem Gespräch mitbekommen. Okay, gut, das war jetzt eben mein Fehler. Der ziemlich doof war mal wieder. Ja, okay, ich werde die Folge mal wieder ein wenig länger machen. Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt bleiben wir hier. Schön, leise, damit die uns nicht stören. Oh, zum Teufel soll ich jetzt langlaufen? Dann bleibe ich lieber hier. Das mag ja sogar stehen. Boah. Dennoch sieht er nicht, wie türig das ist? Es behagte mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat, der Truppen verteilt. Und ich rüchte, Brothers Rütturz macht ihn leichtsinnig. Ah, ich bleib noch hier. Wo zum Teufel soll ich jetzt am besten lang? Nein. Och, nee, warum? Ey. Ey. Das war jetzt wieder ein großer Fail von mir. Aber egal. Ich werde das jetzt für euch machen, damit ihr alles mitbekommt. Und ich halte mal wieder meine Fresse. Okay, die bleiben jetzt da. Dann renne ich mal nach da hinten. Ah, genau da hätte ich ja hingehen können. Da höre ich jetzt mal noch zu. Lausche ich mal zu, was die zu sagen haben. Ich gehe dann wahrscheinlich die Leitern da nach oben. Ist ein bisschen besser. So, jetzt geht es noch in den Teuhaufen. Hallo. Und, das ist doch ein Witz, ey. Jetzt fühle ich mich ein wenig verarscht. Jetzt weiß ich ganz genau, was ich nicht machen werde. Ich ignoriere einfach den Typ hier. So, ich gehe schon mal hier hin. Ah, das war jetzt wieder doof. Das war jetzt wirklich richtig doof von mir. Muss ich jetzt wirklich zugeben, dass das doof von mir war. Ich muss jetzt direkt in den Heuhaufen warten. Den Typi dann in den Heuhaufen reinholen. Dann habe ich den Typi schon mal erledigt. Erledigt. So. Gut. Was habe ich erledigt? Jetzt bin ich hier. So, okay, gut. Jetzt kann ich ganz sicher zuhören. Jetzt hier schön bleiben. Jetzt könnt ihr mal nach oben laufen. Ah. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Bitte weg. Einfach weggehen. Ja, stimmt. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie törig das ist. So, jetzt haben wir das schon mal hinter uns. Also, das schaffen wir jetzt. So, okay, gut. Hier sind noch eben Dings drin, oder? Hier. Der schaut den anderen jetzt an. Okay, da kann ich jetzt nicht nach vorne laufen. Ich muss jetzt hier warten. Wäre wohl am geschicktesten und am schlauesten. Was ist das da hinten eigentlich? Wo zum Teufel ist die Karte? Was ist die? Das ist ja jetzt in... Oh, also... Diesen Ort hätte ich nie im Leben gefunden. Niemals. So, jetzt werde ich mal nach vorne gehen. Hier. Die... Hier. Sabotieren die Waffen. Die Kanonen. Ist ja jetzt auch egal. Keine Ahnung. Komm her, komm her, komm näher. Immer näher. So, okay, gut. Sehr schön. Ich weiß das nicht. Wie sollen wir das jetzt am geschicktesten machen? Nee, 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 nee. Nee, 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 okay, da kann man nicht hoch. Hm, wie machen wir das dann jetzt dann? Machen wir das so? Dann hier entlang. Dann nicht so. Hm. Jetzt einfach mal wegrennen hier. So, eiskalt wegrennen. Denn sie kriegen mich eh niemals. Schneesturm. Ach, komm, dann... Und hier schön wieder ein Fight gemacht, ne? Bam, 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 bam. Oh, komm her, komm her, komm her. Und bam. Och, jetzt hat er mich wieder erwischt hier. Man merkt schon langsam, dass mir der Gesprächsstoff ausgeht. Was natürlich nicht sein darf. So, jetzt renne ich noch meine... Freundin hier so. Und yeah. Jetzt kommt wieder eine schöne Sequenz. Mal schauen, was kommt. Wie sieht's aus? Reddok ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es so weit ist. Der Teufel steckt im Detail. Mission beendet. Okay, Freunde der Nacht. So, jetzt ist diese Sequenz, also diese Mission beendet. Dann werde ich jetzt... Wird die Folge jetzt hier auch enden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Schaut mal auf meinen Kanal. Könnt mich abonnieren, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Alles klar. Gut. Haut rein. Bis demnächst. Cheerio. Tschüss. Ich sag so oft Tschüss, das gibt's gar nicht.